Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Apple-Event am 9. September. Zeit für eine Jubiläums-Apple-Watch am Jahrestag. Am 9. September steht ein wichtiges Ereignis in der Technologiewelt an. Apple wird sein mit Spannung erwartetes Event abhalten. Traditionell fallen solche Veranstaltungen des Unternehmens in den September und sind bekannt dafür, dass sie neue Produkte und Innovationen präsentieren. In diesem Jahr könnte die Veranstaltung besonders bemerkenswert sein, da sie den Jahrestag der Apple Watch feiert, die vor fast einem Jahrzehnt auf den Markt kam. Die Spekulationen über eine mögliche Jubiläums-Edition haben bereits begonnen, da die Community auf neue Designoptionen und Technologien hofft. Die Apple Watch hat seit ihrer Einführung im Jahr 2015 einen enormen Wandel durchgemacht. Sie ist nicht nur ein modisches Accessoire, sondern hat sich auch zu einem wichtigen Gesundheits- und Fitnessgerät entwickelt. Analysten und Technikbegeisterte erwarten, dass Apple an diesem besonderen Tag eine Jubiläumsversion seiner Smartwatch vorstellen könnte. Viele gehen davon aus, dass diese Uhr bedeutende Verbesserungen in Bezug auf Funktion und Design aufweisen wird. Die Gerüchteküche brodelt und es wird spekuliert, dass die neue Apple Watch mit erweiterten Gesundheitsfunktionen ausgestattet sein könnte. Es kursiert die Idee, dass möglicherweise Funktionen zur kontinuierlichen Blutzuckermessung oder verbesserte Fitness-Tracking-Optionen vorgestellt werden könnten. Solche Features würden nicht nur die bestehenden Funktionen der Uhr erweitern, sondern auch ein weiteres Zeichen für Apples Engagement im Bereich Gesundheit und Wellness setzen. Zusätzlich wird darüber diskutiert, ob Apple auch neue Materialien oder Designs für die Jubiläumsedition einführen wird. In der Vergangenheit hat Apple mit verschiedenen Gehäusematerialien und Armbändern experimentiert und viele Fans hoffen, dass die neue Uhr auch neue Farboptionen oder sogar limitierte Auflagen bieten wird. Eine solche Strategie hatte Apple auch bei der Einführung der Sonderedition seiner iPhones erfolgreich angewendet. Eine weitere spannende Frage ist, ob Apple während des Events auch neue Software-Updates präsentieren wird. Die Apple Watch nutzt das WatchOS, das regelmäßig mit neuen Funktionen ausgestattet wird, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Mit einem Fokus auf den Gesundheitsbereich könnte hier ein gewisses Potenzial bestehen, das die Uhr noch attraktiver für bestehende und neue Nutzer macht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das bevorstehende Event am 9. September sowohl für Apple-Enthusiasten als auch für Technikliebhaber ein aufregendes Ereignis darstellt. Die Möglichkeit einer Jubiläums-Apple Watch könnte die Erwartungen an die nächste Produktvorstellung erheblich steigern. Während sich die Fans auf eine mögliche Präsentation neuer Funktionen, Designs und Software-Updates vorbereiten, bleibt abzuwarten, ob Apple seinen Fans ein Unternehmen präsentiert, das in neuer alter Form verschmelzen kann. Um die Spannung noch weiter zu steigern, wird es interessant sein zu sehen, wie Apple mit der Vorstellung der Apple Watch auf die dynamischen Marktbedingungen reagieren wird. Autor Anita Farke, Dienstag, 27. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.